Domenpreuz, einen Meter vor Stefan Kraft. Und jetzt Daniel Huber. Das ist fast ein bisschen viel. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber unten komplett der Pfeil von hinten, Rückenwind. Oben allerdings schon das System hier, überhaupt nicht geschlossen. Der lässt Luft rein hier, muss komplett gegenrudern. Und damit ist er raus. Damit ist er raus. Damit ist der Zweitplatzierte der Raw-R-Wertung nicht mehr dabei im zweiten Durchgang. Alle Chancen dahin. Keiichi Sato rutscht in den zweiten Durchgang.